Typ typisch Ending 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 Typ Typ typisch Ending Typ 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 typisch Ending Ich würde mich dafür gerne haten, ihr könnt auch echt gerne den Dislike-Button dafür drücken, kann ich komplett verstehen. Ich habe wahnsinnig viel DR für Kupferohrringe ausgegeben. Ich wollte, no joke, immer nur so circa, also ich wollte wirklich nur 20% Doppeldrop in diesen Ohrringen haben. Mehr nicht, wirklich, mehr wollte ich nicht. Ihr könnt euch jetzt mal angucken, was immer für Bonis kamen. Es kamen aber 20 Untote, 10 Pfeil, ist an sich ganz nett, auf Ebis hätte ich es wahrscheinlich gelassen, aber ich brauche es auf Kupferohrringe nicht. Es ist auch natürlich eine coole Sache, wenn ich mal 20 Org oder 20 Tiere drauf habe, aber das will ich ja nicht. Also es ist cool, wenn man es hat, aber ich will einfach 20 Doppeldrop haben. Ich glaube auch, dass das mein Karma ist, weil ich damals Kupferohrringe mit 20 Doppeldrop gesehen habe auf dem Markt für 8 Won und ich so in meinem Kopf gesagt habe, oh nee, das ist voll teuer und so, ja, kann ich auch selber switchen. Ja, ja, das ist, das tut einfach nur weh, tut einfach nur weh. Dann kamen immer nur so 6% Doppeldrop oder vielleicht mal 8, aber was will ich damit? Så, ich war so genervt. Ihr seht es ja selber, ihr könnt euch ja ausrechnen, wie viel DR dafür ungefähr jetzt draufgegangen sind bis jetzt schon. Ich war ohne Witz, ich saß nur da und ich war einfach nur getriggert, weil du dir einfach nur so denkst, es muss doch jetzt endlich mal was kommen. So, mal kurz ein paar andere Sachen, magische Steine sind ja vor, ich glaube, ich muss auch sagen, die Aufnahmen sind schon ein bisschen älter, die sind damals vom Preis her gut gedroppt, ich habe dann 4 Stück für 9 Bonn verkauft, ich hätte sie auch wahrscheinlich für 10 losbekommen. Wir haben eine Kriegssense von meinem 25er mit 10 Crit, 20 Ork, 3 dB, haben wir verzaubert, haben Feuer draufgehauen, jetzt haben wir momentan Feuer auf plus 3, was geklappt hat, leider nur 4% insgesamt, aber ist jetzt nicht so schlimm, wir haben auch noch ein grünes Glückskistchen aufgemacht, haben eine Segnung bekommen, haben die auch an Costa Brava verkauft, er hat einen Ninja-Helm gehabt mit Negativrang und 400 TP, wollte ihn trotzdem geswitcht haben, gut, wir gucken mal, was jetzt drauf ist. Er hätte am liebsten AW oder so drauf gehabt, aber jetzt kam einfach nur Widerstand gegen Dunkelheit und er ist der Entzug gefügte Bonus plus 4%, ist jetzt nicht so krass. Dann haben wir noch eine Rüssi von einem Kollegen, die ich verkaufen sollte, eine Ninja-Mob-Rüssi mit 1 KTP, 15 Pfeil, 20 Angriffswert im sechsten Boni, die haben wir für 20 Won und 2 magische Steine verkauft, an sich, glaube ich, vom Trade her war er ganz okay für die Bonis einfach. So, Zwischencut vorbei, jetzt geht's wieder weiter mit Aura, wir werden wieder versuchen, Aura ein bisschen einfach hochzulesen, ich hab's ein bisschen beschleunigt einfach, dass es ein bisschen schneller funktioniert. Weiter geht's auch wieder mit den Kupferohrringen, ihr seht's gerade selber und ja, wieder nur Crap-Bonis, also ohne Witz, bei manchen Stellen hab ich echt gedacht, ich hätte genauso B-Switcher draufziehen können. Natürlich, Max-Bonis sind sehr, sehr oft dabei gewesen, aber Leute, guckt euch das doch an, 20 Untote, 6 Doppeldrop, 6 Pfeil, so, ich sage, wie, also wie gesagt, ich glaube, es war Karma, das ich mir raufbeschworen habe, wegen dieser Geschichte von vorhin, weil das, guck mal, 20 Untote, 20 Teufel, 20 Org, ist ja echt nice. Auf Ebis, auf Ebis wahrscheinlich auch wieder eine richtig coole Sache, aber, sind irgendwie jetzt schon 30 Switcher drauf und nur Müll. Das, warum, also... Und jetzt kommt ein Part, da war ich richtig getriggert. Zweiter Switcher auf Weißgoldohrringe. 10 HM, 10 Dolch, 10 Kralle, 15 Zweihand. Echt jetzt? Nach dem zweiten Switcher. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich mich dezent getriggert gefühlt habe. Wir verzaubern weiter. Und zwar mein Breitschwert. Ähm, erster Erfolg war da. Finde ich auch übrigens sehr, sehr witzig, dass meine Items sehr gut klappen, also dass sehr viele Erfolge dabei sind. Und bei Leuten, die Verzauberungen bei mir kaufen, dass ich so viele Fails habe, na? Das, äh, aber ich will mich jetzt nicht beschweren. Ich bin ja trotzdem ganz froh, dass es klappt. Jetzt, äh, gut, das war jetzt auch ganz witzig, ich hab gesagt, klappt und es fehlt, aber, ähm, ja. Nochmal auf Plus 3, nicht funktioniert leider. Ähm, dann nochmal eine Schriftrolle des Windes einfach drüber. Und, auch nicht geklappt, Plus 2 ist es ja schon. Mal gucken, vielleicht haben wir jetzt Glück und klappt's? Ja, okay, easy. Es ist Plus 3. Nice Sache auf jeden Fall. So, Freunde der Sonne, das war's mit diesem Let's Play. Es war jetzt, ähm, recht kurz, muss ich sagen. Aber freut euch auf das nächste Let's Play, weil da kommt schon was ziemlich Nices. Hat auch ein bisschen was mit der Alchemie zu tun, also, da könnt ihr auf jeden Fall auch was gespannt machen. Ähm, wenn euch das Let's Play gefallen hat, oh, eine Hüterdrohe verkauft, sehr, sehr nice. Ähm, wenn euch das Let's Play gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen oder ein Abonnement. Würde mich auf jeden Fall definitiv sehr, 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 sehr freuen. Und, ja, lasst doch gerne einen Kommentar da, dann werdet ihr auch ein bisschen besser im Algorithmus einfach angezeigt. Wäre eine sehr, sehr nice Sache von euch. Sonst, ähm, kann ich noch was dazu sagen? Ähm, nee. Nee, kann ich nicht mehr. Ich wünsche euch sonst noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video gesehen habt. Also, haut rein, meine Freunde. Euer Andi. Ciao. 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 Ciao.